Ja hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei Rome 2, ägyptische Kampagne in groß, wo wir jetzt die Provinzhauptstadt Puldo Deva angreifen. Wir sind etwas überlegen, es gibt eine Garnitionsarmee, es gibt eine Armee mit einem General vor Ort. Wir haben aber recht gut bewaffnete Angriffstruppen, viele Laienpanzerschwertkämpfer, viele Laienpanzer-Pekiniere, werden diesen Belagerungsangriff selbst leiten, haben nur einen Belagerungsturm bis jetzt gebaut, stört mich aber insgesamt nicht, weil ich die Mauern eh mit meinen Ballisten total in Schutt und Asche jagen werde, das ist kein Problem. Auch schön zu sehen, dass die Truppen von dem schon ein bisschen zermürbt wurden. Ach Regen. Regen wäre gar nicht mehr so schlecht gewesen, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke. So, da ist der große Hauptpunkt. Ich würde sagen, greift vom Osten aus an, weil hier sind drei Tore im Osten. Ich muss mich echt fragen, wer sich sowas einfallen lässt. Ihr lasst erstmal alles stehen und liegen. Nehmt eure Positionen ein, Laienpanzerschwertkämpfer! Genau. Brauchen wir auch echt nur die Laienpanzerschwertkämpfer? Da werden wir die ganzen Türmen zerstören mit. Die Kampfsgruppe wartet auf euren Befehl. Die Kampfsgruppe wartet auf euren Befehl und bereit für euren Befehl. Bombe. Da wollen wir mal, oder? Die Leiter kann gerne da hin. Der kann da hin. Das ist kacke. Aber es sollte eigentlich funktionieren. So, der kann den Turm angreifen. Der kann den Turm angreifen. Und die können den Feilturm angreifen. Können wir direkt... Pause beenden. Was haben wir hier? Sperrträger? Steinschleuderer? Hm. Ich denke mal, wird jeder einzelne... äh... Schotensein ausschalten können, oder? Ich hoffe, der kann sich da wirklich, ähm... Genau an der Stelle ransetzen. Mal gucken, wer schneller sein Ziel zerstört. Und es ist witzig, dass die... griechische Balliste stärker ist als die östliche Riesenballiste. Da muss ich echt mal schauen, eben. Wahrscheinlich, weil die Schussfrequenz höher ist. Merkwürdig. Ganz entspannt. Ihr müsst euch kein Stück bewegen hier. Hör! Wo kommen die Flammenpfeile jetzt her? Ach, muss ich mir keine Sorgen machen. So, der Turm ist gleich auch kaputt. Da sehen wir, wie sie... verzweifelt versuchen, meine Belagerungstürme zu zerstören. Was aber nichts rettet. Weil... Da sind wir schon auf den Mauern mit unseren Leinenpanzerschwertkämpfern. Und die werden die einfach zer... fetzen. Genauso wie unsere Leiter hier. hoch mit euch. Faulen Säcke. Einheit siegt klar. Das Einzige, was zählt... Was zählt, ist klar. So. So, der andere hat den auch zerstört. Wundervoll. Dann ist die Bahn auch eigentlich schon frei. In die Mitte. Wir können auch mal unsere Bogenschützen und so ein Kram schicken. Wo ich gerade sehe, warum sind die denn als Truppe... ...4. Machen wir den mal. Und die setzen wir um auf Truppe 5. Oh, oh. Stehen die alle auf dem mittleren Punkt? Ja, okay. Damit kann ich noch leben. Aber wenn die jetzt angreifen würden massiv... ...dann hätte ich ein Problem. Aber sobald wir das Tor genommen haben hier... ...durch mit euch. Da... ...und sie sind da. Wir haben die Tore eingenommen. Super. Was bedeutet nämlich, wir können unsere Leinenpanzer hier reinschieben. Pekiniere, die können sich direkt da vorne mal einnisten. Tor auf. Sie nehmen die Stadt ein. Verdammt. Scheiße, es ist abgefahren. Laufel der Geschwindigkeit. Wie weit können die eigentlich feuern? Ach, bis nach da vorne. Bringt mir natürlich gerade viel. Nämlich nix. Schwerter! So, auf der Seite sind die schon tot. Auf der Seite zerstückeln die die Feinde gerade noch. Na komm. Turbo, Turbo. Das war's. Dann werden wir unsere Schwertkämpfer mal hier links einordnen. So als flankierende Truppe. Genauso wie unseren General und unsere Reiter. Bombe. Alles gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ballisten hier rein kriege. Also wir haben ja genug Zeit. Wir können ja ganz entspannt vorgehen. Ah, ich kann die wirklich durch die Tore ziehen. Ich hab's auch glaube ich schon mal gemacht. Ich hab's nur vergessen für den Moment. Verstanden! Befehle! Blumische Mogins Schützen! Diener des richtigen Voraus! Söhne des Nils! Befehle! 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 Geht sie unsichtbar? Nein, natürlich nicht! Aber ist auch egal, denn wir werden jetzt einfach im Schniff Vorlauf erstmal mal den Ballisten reinziehen. Und dann haben wir noch die Zeit mit explodierenden Geschosse den Gegner so weit zu dezimieren. Geht es denn wirklich? Ja! Also das Tor geht schon mal auf. Sie drängen sich jetzt so Pi mal Daumen zu viert gleichzeitig durch das Tor. Ach mein Gott, Wegfindungen sind schon ne geile Sache. Daher? itherか Okay. Da werden wir den Bogenschutz noch einen kleinen Tick näher rankriegen. Weil normalerweise kommt er doch schon an ihn ran. Genau. Da ist auch schon der Bogenbeschuss. Schön. Schwer doch! Wie ihr bezieht! Schnell vorrücken! Schnelle Reiter zu eurem Dienst. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Haben wir schon mal so ein Elend gesehen? Ja, ich glaube bei C&C war es damals ähnlich, oder? So, ohne dass der Feind sich im Moment angreift, steuere ich hier jede Form von Pfeil einfach über die, äh, Reling. Wo es so scheint, dass wenn er keinen einzigen Fernkämpfer hat. So, haltet ein. Denn jetzt wird es spaßig, wie man sieht. Äh, die feindlichen Truppen kommen auf uns zu. Aber nicht sehr weit, weil mein Gott, was für ein Geschützfeuer. Und das Krasse daran ist noch, dass wir nicht mal das schnelle Feuer aktiviert haben. Das geht ja jetzt erst richtig ab. Ab heute heißt diese Treppe die Treppe des Blutes. So, den können wir mal auf Punkt 10 ziehen. Oh, guck mal, da kommt noch ein Mob und ein paar Pfeile abzufangen. Kippen sie einfach alle um. Mein Gott, mit... Oh, Mann, das muss wehtun. Oder auch nicht. Und jetzt? Was habt ihr vor? Weil immer noch der, äh... Pfeile sehr viele Pfeile tasten. Die werden wir jetzt aber mal hier rüberziehen. Die sollen mit den Leinenpanzerschwertkämpfern mal vorgehen. Und hier machen wir die Bogenschützen rein. Die Bogenschützen können einfach weiter schießen. Ist einfach so. Da sehen wir direkt... Da spannen sie an. Da kommt der erste Hagel. Und die ersten fallen. Die Schuss sind zu euren Diensten. Hui! Genau, versuch mal so viel Schaden wie Milch zu machen da vorne. Für den einen mag es feige sein, auf Distanz erst die Truppe zu dezimieren. Und für mich ist es einfach nur logisch. Die Kunst der Kriegsführung so ein bisschen. Warum habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir zermürben sie einfach extrem. Ach so kacke, da ist ein Turm, ne? Der mich einfach nerven wird, wenn ich jetzt hier oben rumrenne. Da müssen wir die Reiter und Elefanten da hoch schicken. Genau, schreitet vor. Die Treppe ist groß genug für euch alle, die Treppe des Todes. Oh, wir haben auch gleich keine Munition mehr an den Bogen schützen. Oh nein, der Turm kann nicht eingenommen werden. Doppelte Geschwindigkeit! Unser General wird angegriffen! Wie ihr befehlt! Ich fasse es nicht. Aber eure Lanzen nutzt er, oder? Ja. Genau, lauft mal vor. Schön. Dass mein General da rumsteht und nix macht. So, Pell-Tasten. Dann gebt mal Stoff, dann macht er nämlich wieder vorne platt. Die Reiter werden nämlich nicht viel aushalten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war's, Moral gebrochen. Jetzt haben wir hier noch eine Hauptnietenkampftruppe von dem. 300 Verluste zu 1.735. Effizient, was soll ich dazu sagen? 80 Millionen Leute haben dir über Facebook eine Nachricht geschickt. Tja. In die Leber. So brauchst du sie eh nicht mehr. Denn zu feiern gibt es nichts mehr. Könnte man eigentlich wirklich lassen, so. Warum nicht? Obwohl er ihn müsste auf jeden Fall tauschen. Weg von dem zur Herberge Fleischproduktion. Das macht einfach mehr Sinn. Ein Wunder wurde entdeckt. So. Und so ziehen wir hier schon in Frakien gut rein. Alle Soldaten bewegt. Sonst nichts zu tun. Wir sind noch ein Brot im Fluss. Auch kritisch. Aber es ist schon ein Brot. Nichts. Da baue ich ein Gebäude fertig und schon habe ich Nahrungsmittelknappheit. Da muss ich mal dran denken, vermehrt wieder Nahrungsproduktionen voranzutreiben. Und ich sehe hier gerade, was ist das für eine Knossosarmee? die da angetuckert kommt. Verbesserstes Rammeln wurde erforscht. Hier wurde Unruhe gestiftet, Brunnen vergiftet und alles drum und dran. Ja, ist natürlich ganz tolle Geschichte. Obwohl wir hier, wir reißen den Kram wirklich ab. Attentat bringt mir nichts. Versuchung. Klar, kann man versuchen. Konnten den nicht überzeugen davon, bei uns mitzumachen. So, ich glaube, das war das, was ich als Flotte interpretiert habe. Das sind Fernkampf Infantristen. Machen wir das Ganze so. Dann haben wir nämlich noch einen schönen Hinterhalt, wo wir einfach unsere Söldnertruppen verheizen. Also, meine Elefanten würde ich jetzt dafür nicht opfern, die da reinzuschmeißen. Außer vielleicht in die Peltasten. Obwohl, die würden auch meine Elefanten ordentlich zuheizen. Müssten wir das mal gucken, wie wir den Hinterhalt am besten setzen. Genau, wir haben Söldner-Peltasten. Also, werden wir von einer Seite am besten hier vom Norden meine ganzen Bogenschützen setzen. Weil, äh, gleichzeitig haben wir hier im Norden den Hügelkamm. wir sind zielsicher. Und wir haben alle die gleiche Sprache. schön. Äh, mein General halte ich mal weit zurück. Der kann sich hier hinter dem Hügelkamm verstecken. alle Söldner-Truppen hier vom Süden. Die Elefanten. Ich bin auch einfach mal verschwenderisch mit denen. Also, wir haben die versteckten Fakten. Warum großartig mit denen hier noch so einen Terror machen, ne? mal, äh. Obwohl, wir müssen eher die alle in die Bürgerwehr und sowas schmeißen. genau. So, ihr macht mal schnelle, schnellen Beschuss. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Bereit zum Einsatz. Mehr Infanterie bereit. Ja, kommt doch. Aufsiehen bereit. Genau, tötet sie mal alle schön da hinten. So, feuerfrei auf die. Zeigt mal, was ihr könnt. Nubia, feuert! Boah! Ha, 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 Da kommen die Nächsten. Feuer frei, Nubia! Einfach erschreckend. Ich habe nicht gehört, dass der feindliche General tot war. Aber ist jetzt auch egal. Ein hohes Lob, also großes Lob an meinen Bogenschützen. Die haben super Arbeit gemacht. Ich glaube, es war jetzt auch die letzte Armee von Knossos. Außer, es gibt noch irgendwo eine Flotte. Müssten wir halt, will ich mal schauen. Oh, will ich mal schauen. Oh, der General ist noch getürmt. kommt. Komm her. Ja. Jetzt aber so. Und das war's. Bam! Adios Knossos. So, ihr Schlawiner geht auch da unten. Daraus wird eine andere Armee entstehen. Wir haben leider Nahrungsmittelknappheit. War ja zu erwarten. Im Moment plus drei. Können wir aber auch hier nicht viel verändern dran. Müssen wir nämlich echt mal unsere Gebiete jetzt durchgehen und schauen, wo wir denn vielleicht noch Potenzial haben, mehr Nahrung rauszuholen. Zum Beispiel wie hier. Dann war einmal bei minus sechs Nahrung. Wenn nicht minus sechs Nahrung, sondern plus 18 Nahrung und minus sechs bei der öffentlichen Ordnung. So, und wir können sogar noch, dann sind wir nicht auf plus zwei immer noch und haben zehn mehr Nahrung. Genaues Ding hier oben. Können wir auch noch mehr Nahrung produzieren. Minus eins. Kulturelle Unterschiede und so, das wird sich hier anpassen. Können wir aber erst mal so lassen. Mit 911 werde ich wahrscheinlich nicht so viel jetzt noch durchbringen an Geld. An Geld. Deshalb müssen wir mal schauen, welche Provinz denn hier am meisten Nahrung verbrennt. Sie sollte am besten eine Provinz sein, wo nicht so viel Geld bei rum kommt. Minus zwölf. Ja, nehmen wir die weg, dann haben wir plus fünf in der Nahrung wieder. können wir mal schauen, ob wir die Provinz dafür wieder mit dazu nehmen. Ach, komm, müssen wir gar nicht machen. So, plus sieben. wenn meine eine Provinz hier oben so viel Nahrung produziert, dass wir da einfach rausziehen können. Weiterziehen können. So, die hungern alle, das hat jetzt mit den Nahrungsmittel Problemen zu tun. Werden aber die Soldaten jetzt auch weiterziehen lassen. Mal hoch nach Lepkis. Braucht noch ein bisschen. Denen geht sonst auch gut. So, machen wir schnelles Marschieren. Ziehen wir den rein und gut ist. So, Rodos hat hier oben einige an Flotten. Aber Rodos ist ja auch nicht mein Feind. Hihi. Nee, nicht Reparaturkosten abreißen, mein Freund. Gar nicht gerade. Der Pharao guckt noch, wen er alles töten kann. Hier haben wir noch eine makedonische Armee und hier warten die gerade noch auf mich. Die müssen eh erstmal noch in der Stadt bleiben. Ganz fiese Nummer hier alles zu zerstören. Aber hilft mir generell auch in dem Sinne, dass wir sie jetzt einfach den ganzen Kack abreißen. Dann machen wir aus, wie ich eine produzierende Stadt wieder. Also die Reihen mit Produktion sich auseinandersetzt. Inpeda ist eine Flotte. So, schicken wir die zweite Armee da runter. Wir haben hier oben unsere beiden Generäle, die auch weiter gezogen werden können. Ach, wir haben sogar drei Generäle hier oben gehabt. Zieht er auch weiter. Tja, dann sage ich mal, wir machen beim nächsten Mal weiter mit unserer Expansion mit unserem Expansions Kurs, der eigentlich ziemlich gut läuft. Und schauen, was wir noch so machen können. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, große Kampagne mit Ägypten gegen alle. Bis uns die Welt gehört. Tschau, euer euer Doc.